Bring the action! Hallo Ella und Thea, wir laden euch heute ein zu unserem Schwarzlicht-Party! Also da hinten ist schon mal der Käse. Wir machen heute türkisches Yufka-Bördek mit Cacik. Wir kochen heute was für seine und meine Freunde. Was ist das denn? Nimm einmal bitte die Waage, oder musst du 900 Gramm bitte abwiegen. Er ist der Chefkoch und ich bin sein Gehilfe. Ich hoffe, wir landen nicht im Krankenhaus. Wenn unser Essen ein bisschen besser ist als unsere Sterne, dann bin ich zufrieden. Och Alma! Mache ich sie anketten und ins Wohnzimmer bringen? Und wir brauchen Teller, Teller. Wo sind die Teller? Also ich glaube, dass es heute irgendwie etwas Schärferes gibt. Wow, was ist denn da schiefgelaufen? Eigentlich habe ich gar keine Ahnung und ich lasse mich einfach überraschen. Soll ich dir mal kurz erklären, was ein Teelöffel, was ein Esslöffel ist? Ich rufe jetzt einmal kurz meine Mutter an. Das ist das, was wir für euch gekocht haben. Oh, das sieht voll cool aus. Wir hätten mehr Salz und Pfeffer, glaube ich, reinpacken müssen. Haben wir überhaupt Pfeffer drin? Das ist das, was wir eigentlich schon sehen. Das war's. Wir haben auch jetzt heute zwei Teelöffel. Wir sind so sicher. Vielen Dank.